Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Google Docs Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, wie ich bei Google Docs einen Codeblock einfügen kann, sprich ein kleines Code-Snippet, das die entsprechenden Funktionen auch richtig visualisiert. Dafür öffnen wir zunächst mal einfach mal Google Docs, um zu sehen, was gemeint ist. Hier haben wir einen sehr bekannten Code, den jeder kennt, der zum Beispiel Java verwendet. Und wie kann ich das jetzt in einen entsprechenden Codeblock packen? Man könnte meinen, Google Docs bietet sowas vielleicht standardmäßig, aber dem ist nicht so. Das ist allerdings kein Problem, denn mit einer kleinen Lösung, die uns der Chrome Web Store zur Verfügung stellt, können wir das Ganze ändern. Die entsprechende Erweiterung, die ihr dafür runterladen müsst, nennt sich Codeblocks. Und die finden wir hier, die werde ich euch auch in der Beschreibung verlinken. Dann könnt ihr das Ganze einfach installieren und dann könnt ihr das hier auch in Google Docs verwenden. Wichtig dafür ist, wenn ihr das schon offen habt und ihr installiert Codeblocks, kann es sein, dass das manchmal ein bis zwei Minuten dauert. Dann entsprechend aktualisieren und dann werdet ihr irgendwann sehen, dass ihr unter Erweiterung hier die Codeblocks findet. Da gehen wir jetzt auf Start und dann bekommen wir hier an der Seite jetzt ein kleines Kontextmenü, mit dem wir arbeiten können. Zunächst ist es wichtig, dass wir die entsprechende Programmiersparer auswählen. Das habe ich jetzt schon mal gemacht mit JavaScript. Und dann könnten wir noch ein Theme auswählen. Ich bleibe jetzt mal bei dem Standard Agathe-Theme, das hier vorgegeben ist. Und wir könnten sagen, okay, kein Background. Der wird ja standardmäßig hier schwarz gemacht oder dunkel zumindest. Oder ob ich einen möchte. Damit das Ganze jetzt funktioniert, ist es aber wichtig, dass wir den Code jetzt erst markieren und dann auf Formatieren drücken. Und dann wird es kurz berechnet und dann sehen wir, dass das hier auch funktioniert. Und wir sehen auch, dass solche Sachen wie Class oder Static Void oder String hier hervorgehoben werden, da sie eben wichtige Elemente dieses Codes sind. Wenn ihr das allerdings nicht immer gleich in eurem Text haben möchtet, dann können wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Dann könnt ihr das auch auswählen und hier erstmal auf Preview klicken. Dann bekommt ihr das Ganze nämlich hier. Ist meiner Meinung nach jetzt nicht so wichtig, weil ihr habt gesehen, ich konnte genauso schnell einen Schritt zurück. Aber hey, so hat es auch ganz gut funktioniert. Und dann kann man hier wieder formatieren und dann sieht es so aus. Von daher relativ einfach mit diesen Code-Blocks und diesen Codesnippets, wenn man weiß, wie das Ganze in Google Docs funktioniert. Das war es dann an dieser Stelle auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Schawo. Ciao. 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 Ciao.